Kaufe, Kaufe, Papa, Papa, Freispiele kaufen. Nächster Bonus-Pay hier bei Christmas Edition, Big Buzz Bonanza. Da sieht's aus, viel Glück dir, Dankeschön, David, mein Lieber. Ist nicht weit von mir. Ja, ist auch nicht weit vom Saarland. Ich komme aufs Schnauze voll. Hallo, heute Morgen. Servus, Marc, grüß dich, mein Lieber. Da ist er, der Olli. Diesmal hat der Olli die Bombe dabei. Weder der Olli noch der Achmed. Die Ollis können nämlich auch mal gefährlich werden. Es sind nicht nur die Olli, sondern die Achmeds mit der Bombe, sicht? So, hey, die Freaky. Kaufe, viel Glück. Dankeschön, Marc, mein Lieber. Komm, der Olli muss doch den Ahmed gleich mitnehmen. Da ist er doch, siehst du? Immer hinten dran, aber immer mit dabei. So, jetzt noch der Hans. Wo bleibt dann? Komm schon, Hans. 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 Jetzt immer zwei Spins noch für einen schönen Vorsprung, wenn der Olli noch mal auftauchen will. Ach Gott, Alter. Weiter geht's mit den nächsten zwei Spins. Tau mal wieder den Olli. Sehr schön. Direkt im ersten Spins. So kann es von mir aus weitergehen. So, jetzt schauen wir mal, dass der Ali noch mal neu flattert. Hopp, springen aufs Boot, gell? Gibt's was zu schaffen. Da ist er. Sehr schön. Na ja, wenn's ums Schaffen geht, ist er gleich dabei, der Ali. Mit Zerfischer arbeiten. Gehren, Zerichs jetzt. Ah ja, vorne weg, oder? Komm, Achmed. Ein Kenner kommt selten allein, wenn der Ali schon aufs Boot gesprungen ist, muss der Ahmed folgen. Wo bleibt dann? Hopp, jetzt. Da ist er. Jawohl. Jawohl. Jetzt haben wir noch drei Spins vor den Hans. Bin immer gespannt. Was ist für Hans, wo bleibt Fritz und Peter, oder? Jürgen. Jetzt aber. Komm schon, Hans. Jawohl, Hans. Hans. Hans ist da. Hans im Glück. Da ist der nächste, Alter. Olli springt wieder mit aufs Boot. Super. Gleich mal einen Vorsprung hier. Fein. Und der letzte Spin? Gut. Jetzt. Welchen sind wir denn Olli schon gesaved? So. Jetzt mal der Ali. Jawohl. Alter. Ali gleich mit dabei. Siegst? Super Kerl. Super Typ. Der bringt seinen Kumpane, der Ahmed, natürlich mit. 135 in dem Spin nochmal. Jawohl. Ari. Super. So, jetzt war der Ali Auge natürlich noch auf der Hans. Civil Spins haben wir für der Hans. Komm schon, Hans. Komm schon, Hans. 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 Da ist der Hans. Da ist der Hans. Wir haben die X10. Wir haben die X10 Malakas. Sehr geil. Leute. Jetzt mal richtig Daumen drücken, dass wir fette Fische kriegen. Hopp schon. Komm schon, wo bleibe es hin. Hey. 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 Da ist er. Ajo. Bring die Bombe mit Olli. Was sind das für kleine Fische her? Kannst ja niemanden satt machen damit. Andi ist da. Mega. Gönn jetzt. Malakas. Hab ich noch gesagt. Gönn. Ab geht's. So, jetzt haben wir die Zerspins auf dem X10er. Und jetzt mal ordentlich, ordentlich gönnen. Ab geht's. Komm schon. Komm schon, Olli. Hey. Demi. Während der Freispiele. Leute. Was ist denn da los? Ach, du lieber Himmel her. Ich bin fassungslos. Drei Spins noch. Nix bezahlt. Der Trägische. Guckt das an. Guckt das an. Vorletzter Spin. Und der Letzte. Im letzten Spin taucht er auf. 240 Groschen nochmal. 572 Tag.